In der dritten Schwangerschaftswoche seid ihr tatsächlich schon schwanger. Das heißt, das befruchtete Ei befindet sich aktuell gerade im Eileiter und wandert jetzt nach und nach in die Gebärmutter. Das heißt, es kann sein, dass ihr schon irgendwelche Anzeichen spüren könnt. Ist meistens eher bei Frauen, die ein sehr hohes Körpergefühl, sehr gutes Körpergefühl haben, sehr hohes Empfindungsvermögen und man merkt vielleicht schon, dass irgendwas drückt oder zieht. Und tatsächlich, wenn die Frauen was merken, dann denken sie so, oh, jetzt kriege ich bald wieder meine Tage, weil dieses Gefühl von Völlegefühl oder aufgebläht sein und so ein Ziehen in der Gebärmutter, das unterscheidet sich meistens nicht wirklich sehr davon.